DW Deutsch lernen mit dem Deutsch-Trainer Écoutez et répétez Les élections Die wahlen Je vais voter Ich gehe wählen Je vote pour un parti Ich wähle eine Partei La démocratie Die Demokratie L'homme politique Der Politiker Le Bundestag Der Bundestag La chancelière fédérale prononce un discours Die Bundeskanzlerin hält eine Rede Le Président fédéral Der Bundespräsident Le Ministre Der Minister La loi La loi Das Gesetz La loi fondamentale Das Grundgesetz L'Union Européenne Die Europäische Union Die W.com Slash Deutsch-Trainer Die Européenne 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 Vielen Dank.